Danke, dass ihr euch mein Video anschaut. Kurz zu mir, ich bin Vera22 und das ist mein offizielles Bewerbungsvideo von Sam vs. White. Die zweite Staffel Am Proviso! Als mein persönliches Abenteuer habe ich mir ausgesucht, eine Nacht am Fluss zu campen. Und wie das ausgegangen ist, seht ihr jetzt. Und ja, ich erlebe meine Abenteuer am Eistens mit Blake, deshalb habe ich ihn mitgenommen. Blake ist mein Hund. Bitte seht es mir alle nach, dass es mein erstes Video hier auf YouTube ist, dass ich das erste Mal was geschnitten und gedreht habe. Ich wünsche euch jetzt alle ganz viel Spaß bei meinem Video. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald auf einer Insel. Viel Spaß beim Video! Also, die Bikes habe ich jetzt abgesperrt. Das ist jetzt der erste kleinere Fluss, den ich überqueren muss. Ich gehe jetzt einfach mit Schuhen ran, weil die trocknen bei den Bataillen. wenigstens Blake hat Spaß. Ich habe auch Spaß. Es ist ganz schön heiß. Blake! Den Fluss haben wir jetzt schon mal geschafft. Jetzt müssen wir einmal da lang und bis dahinter durch den Wald einmal und dann kommt der zweite Fluss. Und dann können wir da was. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe diesen idealen Zellplatz gefunden. Und zwar, wir sind hier ein bisschen nicht lang gelaufen. Und ich dachte mir, ich hoffe nicht. Jetzt gehen wir erst mal schwimmen. Da muss ich noch ein bisschen weg machen. Hier ist eigentlich cool, hier kann man gleich ins Wasser gehen. Okay. 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 Die Sonne geht gleich unter. So sieht das Zelt jetzt von außen aus. Aber schaut mal, wie gemütlich das von innen aussieht. Tadaa! Okay, das ist jetzt das Endprodukt. Der Burger ist ein bisschen zerquetscht und so, weil ich ihn nicht so gut gepackt habe. Aber ich glaube, es wird schmecken. Ich lege jetzt schon an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, der Lumi Burger war echt lecker. Ich hoffe, es klappt mit dem Video. Ich habe euch verliebt. Danke, dass ihr es angeschaut habt.